hallo zusammen weiter geht's mit fortnite viel spaß beim zu sehen wünsche ich woche vier fortnite chapter 2 season 7 und die kosmischen sommeraufträge weiter unter anderem müssen wir hier bei in the pit kopfschlüsse erzielen 50 stück dafür gibt es dann 35 k und einen neuen stil des surfbrett hängegleifers so 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 Das war's. Das war's.